Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das macht eine kurze Ausruhe. Jetzt geht er gleich wieder weiter. 20, geil. 20, darf ich wieder? Auf geht's! Position! Fertig! Zeug! 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 Arme auf! Rauschen auf! Zeug! Zeug! Manchmal ist es hart, manchmal hat man auch Erholung. Aber die meiste Zeit ist halt anstrengend. Es ist ja vorliegend, übrigens, der Auftrag ist besser. Der Auftrag ist besser. Und den Wegstum zu 100 Stunden her. 15, fertig machen! Anstrengend, weil es ist halt doch nicht gewohnt, dann dreimal am Tag zu trainieren. Also es ist schon immer wieder anstrengend. Ich habe ein bisschen Muskelkater in den Schultern, aber sonst geht es eigentlich. Und der Arm tut ein bisschen weh, aber es geht. Mach die Wertung ab! Mach sie! Okay. Das sind ja Aufgaben, das hat nichts mit Technik zu tun. Das ist Kampf! Jawoll, alle! Schalte! Ausbändler, ausbändler! Komm! Ja, ich übe mich eigentlich auch mehr aus, weil ich muss jetzt auch ein bisschen was lernen. Ich habe dann gleich wieder Klausuren nach den Ferien. Und ja, früher haben wir immer noch ein wenig Tischtennis, aber fehlt mir jetzt irgendwie so die Motivation. Keine Option. Drei Viertel zur Hofe. Und auf geht's. Versuchst nie wegzulassen. Ja, genau. Wurste ich wieder Bedingungssporn. Der Partner, Gicker, hilfst du rüber. Bin ich, hilfst du rüber. Jawohl, jetzt wieder arbeiten zum Reiking. Ja. 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 Ja.